deutscher fernsehpreis für wen hagelt es auszeichnungen der deutsche fernsehpreis hat sich als eine der wichtigsten veranstaltungen der fernsehlandschaft etabliert in diesem jahr stehen zahlreiche kategorien im fokus und die liste der nominierten ist vielversprechend besonders bemerkenswert ist die vielfalt der genres die von drama über komödie bis hin zu dokumentationen reicht die nominierungen spiegeln eine spannende mischung wieder die das publikum sowohl unterhalten als auch zum nachdenken anregen soll in den letzten jahren hat sich gezeigt dass die auszeichnungen nicht nur an populäre formate vergeben werden sondern auch innovative und experimentelle projekte anerkennung finden viele hersteller und regisseure haben dazu aufgerufen die kreativen grenzen des fernsehens zu erweitern in diesem jahr ist die konkurrenz besonders stark was darauf hindeutet dass zuschauer eine hohe qualität erwarten einige insider bemerken dass die nominierungsliste zur debatte über den aktuellen zustand des fernsehens anregt und auch fragen zur repräsentation und vielfalt aufwirft ein wichtiges gesprächsthema in der branche ist die frage der diversität verschiedene stimmen haben betont dass der fernsehpreis eine plattform bieten sollte um nicht nur die etablierten stars zu feiern sondern auch neue talente aus unter repräsentierten gruppen zu integrieren kritiker haben angemerkt dass trotz fortschritten im bereich der gleichheit noch viel zu tun sei um eine repräsentative auswahl der nominierten zu gewährleisten ein weiteres highlight des abends wird die ehrung überragender leistungen im bereich der fernsehproduktion sein es wird erwartet dass auch die hosts der veranstaltung eine entscheidende rolle spielen um das publikum zu unterhalten und die spannung zu erhöhen die diesjährigen moderatoren sind erfahrene persönlichkeiten die das publikum mit ihren charmanten und witzigen kommentaren durch den abend führen werden obwohl die genauen gewinner noch nicht bekannt gegeben wurden wird im vorfeld bereits spekuliert welche formate die begehrten auszeichnungen erhalten könnten die besten chancen werden verschiedenen produktionen zugesprochen die nicht nur hohe einschaltquoten erzielt haben sondern auch für ihre qualitativ hochwertige erzählweise sowie innovative ansätze gelobt wurden insgesamt verspricht die diesjährige verleihung des deutschen fernsehpreises ein spannendes ereignis zu werden das nicht nur die besten fernsehmomente des jahres würdigt sondern auch die diskussion über die zukünftige ausrichtung des mediums fördert alle augen werden auf die verleihung gerichtet sein wenn die nominierten und gewinner bekannt gegeben werden autor anita farke mittwoch 25 september 2024 so